Hallo, Namens, ich komme zurück. Und, wir wollen grad schwer eigenständiger Halt, ohne dass ich euch getrückt hab. Lade nach! Zurück! Sie sind getrunken! Delta-Team! Was wollen wir mehr? Gönnen Sie sich ein bisschen Bagdadelta. Bitte unterlegter! Die Höhenposition! Über ihre aktuellen Position, Deltas! Delta-4-0 hat sich erholt! Ähm... Oh, oh, oh! Gerda! Wieso macht man das? Geh in Deckung! Das kommt vom richtigen, der für den 2 Minuten eh wieder tot auf dem Boden liegen. Wer? 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 Doch es wird nicht leicht, die Mission zu beenden. Mehrere wichtige Komponenten müssen identifiziert und zerstört werden, um der Troidenproduktion einen empfindlichen Schlag zu versetzen. Geh in Deckung! Suchen Sie einen Computer und kopieren Sie die Fabrikpläne. Ich prüfe Sie auf Schwachstellen. Sprengen Sie die Wand und drücken Sie durch die Öffnung vor. Ich hätte hier gerne ein Loch, Deltas. Sprengung stoppen, Deltas. Was ist los, Drei-Acht? Entscheiden Sie nicht, Deltas. Oder Audio-Dellung. Zurück, Deltas. Schnell. Das müssen die ruhigen Zeit, die sind die Stübel, die da. Danke, danke. Natürlich für so eine Elite-Einheit immer um die Ecke rufen. Diese Tür führt zum Kontrollforum der Fabrik. Das ist eine neue Tür, wo wir uns entscheiden können, laut oder leise. Ich bevorzug jetzt mal leise. Ich könnte jetzt doch immer noch abbrechen, damit das hier aber durchfällt. Öffnen Sie die Tür, Deltas. Fang an! Warten Sie, Deltas. Manöver abgebrochen. Gesundheit kritisch. Wir können auch dabei unsere Modi wechseln. Sobald die Verbindung entsteht, können ich die Türe nachfüllen. Oh, das war ein Rücken. Oh, Sir, ich muss erst diese Bastarde checken. Volltreffer. Sieht aus, als könnte der Boss Hilfe gebrauchen. Ja, ich finde ich was gebrauchen. Ach, und ich bin vorgenommen, gar nicht so oft ruf zu gehen. Und wird leider richtig verkackt. Was passiert? Ich glaube, ich bin hier jetzt wieder in der Kassel. Ich nehme mit den beiden S-A-Den-Sorten. Ziel eliminieren. Der Kack hat geknackt. Sollte! Auf die Widerbund! Metallmonster! Ah! Die haben mich erwischt! Oh, lade nach! Auf der nächste Bitter! Oh! Die haben schon ganz schön rein! Nein! Ich bin verletzt, Team! Nein! Huh! Ah! Der ist der Piesel ist tot! Versteht diesen Drogen! Ah! Arbeit macht! Wir haben alle Daten analysiert. Es gibt zwei für den Betrieb der Fabrik kritische Ziele. Die erste Leitung befindet sich vor dem Kontrollraum, in dem sie sich aufhalten. Die zweite Leitung ist am Ende des Fließbands auf der Fertigungsebene. Sie müssen beide Ziele zerstören. Die Elektrizierung, um der Fabrik zu unterbrechen. Magda, Prozedur einleiten! Magda, Prozedur einleiten! Wir sehen, es gibt nachher auch Truiden ans Bord. Ah! Ah! 50 Millionen Druiden raus! Auch alle zusammen! Zum Beispiel mit Druiden, Druideka, also Kampf-Truiden-Truideka, und überkauftruiden-Transporter. Aufwärtserbierleiter! Das ist die erste Strömleitung! Wir müssen weiter runter! Präzisionsschuss einleiten, Delta! Rücke zum Ziel vor! Ziel eliminieren! Erklimitiert! Kämfer hier! Runde! 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 Bare! Shing Leonard! Runde! Nerl! R leva! Zeigen Sie, was Sie können, Kommando. Sie erleben einen meisterschätzenden Aktion. Hinter Ihnen, 3-8. Ja, und eigentlich ist immer wieder flestig. Das war ja voll der Bull, oder was? Kommt, jetzt hackt Ihr das doch mal. Hacken Sie endlich das Terminal, Kommando. Ja, ich habe das noch ein Team. Position ändern, Delta. Terminal gehackt, Sir. Wir haben alle gute Vitaldaten, Sir. Oh, 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 oh. Kommt ja auch noch runter. Das ist die zweite Stromleitung. Ja. Ziel eliminieren. Nein! Ich bin in Krupp! Nein! Ich brauche die Brüder am Boden! Geil! Können wir nicht später sterben? 6-2 am Boden! Ich bin in Krupp! Ich kümmere mich um Delta 6-2 am Boden! Ihr seid endlich tot! Wann gehts los, Boss? Ich habe auch eine zündende Lösung, Delta! Roger, platziere Sprengsatz! Gebt mir Rückendeckung! Gleich habe ichs! Ich mach mich gar nicht gut, schon. Oh ne! Eierklar, ich muss jetzt verspringen! In Deckung! Alter, der muss ich als erstes! ich hab ich hab ich hab ich hab das war erledigt das war erst mal gruppenbecken ich dachte sie würden nie fragen, Sir. Bin unterwegs. Bin einsatzbereit, Delta. Ich bin wieder okay. Wohne mal ein Sniper aus als Munition? Weil er hat uns schon relativ weitergeholfen. Wurde gekämpft. Doch. Ohohoho. Delta Team machen wir jetzt von jedem Stil. Die haben keine Chance gegen mich. Ah, wir haben ja eine Bekäufe. Ach, fickt euch doch hin. Wir machen wir alle Delta Team. Ich bin sicher. Ich kümmer mich um 6-2. 6-2, braun schon raus. Alles klar, Sir. Heilen Sie sich, Delta. Roger, ohne Vagta. Position ändern, Delta. Vagta eingenommen. Genehmigen Sie sich etwas, Vagta. Ja, Sir. Vielen Dank, Sir. Von hier kriegen wir sie nicht. Wir müssen den Schild abschalten und den Sprengsatz platzieren. Aufwand 3-8, hinter ihnen 3-8. Knappen wir das Terminal-Delta. okay das ist ein wenig Oh Leute, nur kriegst du das einfach raus. Oh ne, die Spiele. Aber die Hand ist ja alles gerade so schön verdrückt. Ich muss doch noch mal einen Moment spielen bleiben. Labern. Ja, ich dachte, in meinen Augen schaffst du mich da ganz schief. Irgendwann muss ich mal die Packsarbeit machen. Ich denke, keiner vom Team machen muss immer der Wiedermachen. Ach komm. Ach komm. Zurück Deltas. Gute Arbeit Deltas. Laut meiner Sensoren steht die Fabrik. Los Team, verschwinden wir. 4-0 Läden nach. Wagen erledigt. Damit hat er nicht gerechnet. 3-8 an Berater. Wir müssen hier raus. Schnell. Wo sind sie gerade? Hier. Schön, wenn ihr vorbeischaut. Ein dicken Ruinen gesichert. Hallo, wer kommt jetzt? Ja, hier, die Publik weiß, wenn man sowas macht. Boah. Na, das ist das nächste Level, was wir machen werden. Ich soll sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und... Ciao. 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 Ciao.